Stimmt es, dass Ihre Schwester die beste Freundin der Schwester von Micky Krause ist? Das stimmt. Geh mal Bier hoch, so bist du wieder hässlich. Eins, zwei, vier, und du bist wieder schön. Einen wunderschönen guten Abend, Moin Vechter und herzlich willkommen an der Theke. Stockelmarkt Montag soll man Sie spätabends noch Backstage mit Micky Krause gesehen haben. Das stimmt, da haben wir noch ein bisschen so in alten Zeiten uns, haben wir uns da nochmal so ergötzt. Ich glaube, wir schaffen im Moment wieder ein großes Stück Identifikation mit Raster, aber dadurch auch mit uns. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Wir brauchen ja so Leuchttürme in unserer Region, wo wir uns dran festhalten können. Ey, wir träumen im Moment, das ist so geil, ja? Und da hast du so viel Gefühl. Raster ist der Grätschicht auf der Welt. Raster ist der Grätschicht auf der Welt. Raster ist der Grätschicht auf der Welt.